Ja, ich geb Gas, 30 kmh! Hörst du dich eigentlich an Geschwindigkeitsbegrenzungen? Ja, besser ist das. Die letzten Male waren nicht so lustig. Manchmal kann es auch sein, dass wenn du von der Autobahn runterfährst, dass du eine Kurve kommst, dass du vielleicht zufällig umkippst. Ähm... Ich sag dazu gar nichts. Es kann auch sein, dass einer herkommt und mich rammt und ich einen Purzelpaumon auf dem Kopf liege. Kann auch vorkommen. Kurz vorm Ziel. Ja, und da noch mal kurz vorm Händler. Äh, kurz vorm Reparierdingens. Ja, stimmt. Ja, dann zeigt er dir trotzdem irgendwie, wenn du davor irgendwie abschließt, dann zeigt er dir trotzdem an, dass du eine Stunde brauchst, dann hinzukommen. Oh nein. Du kannst die Leitplanke erwischt. Wer? Ich. Ah, Sips. Der gute Sips. Oh, warum werde ich so langsam? Es geht langsam bergauf. Ja, langsam bergauf. Aber so langsam? Okay. Ja, wir werden alle im Sommer anschauen. Max, Max bleibt in der Schlange. Nicht überhauen. Ja, mach ich auch. Welche Schlange? Was macht ihr eigentlich überhaupt? Oh Gott! Äh, warte, ich muss mal gucken. Ah, Sips! Ich kann nicht so füllen, wenn Max von mir bremst. Dachpappe. Vielleicht ein Sicherheitsabstand einhalten, ne? Ja, das wär gut. 19 Tonnen Pappe. 19 Tonnen Dachpappe. Ich. 18 Tonnen Kerosin. Und ich hab ja Luft, weil ich nichts gefunden habe. Und ich hab ja Luft, weil ich nichts gefunden habe. Oh, ich bin nicht der, der am wenigsten trägt? Ich, ich bin der am wenigsten trägt. Ich erstrahle mich in Luft einfach nur. Ja, echt? Hö, wieso? Der fahr. Der fahrt. Ja, ich hab ja nichts gefunden. Ach so. Oh, klatsch. Möchtest du das nächste Mal besser abschreiben? Ja, da trage ich das meiste. 19 Tonnen. 20 Tonnen Altverpackung. Nein. Und ich hab noch eine Zau. Hahaha. Das ist mein Spruch, Noah. Scheiße. Geh mal so, was machst du da? Äh, äh, kleiner Ausflug aufs Land. Ist auch mal ganz nett. Kleiner Ausflug aufs Land, dein Ernst? Hahaha. Hahaha. Alles gut. Ich bin dafür, dass es 97 ist. Wenn das überhaupt im Multiplayer im Moment geht, weil manches Server kann es ja nur neu sein. Ja, auf Deutsch 1 sollten wir gerade nur 90 fahren können. Also stand auf jeden Fall da. Ich hab irgendwie so das Gefühl, dass Noah und Building Croft so ein bisschen weiterhin... Ja, woher kommt das bloß? Ne, ne, wir kommen, ne, wir kommen wohl, naja. Okay. Wer war nur aufs Land gemacht? Oder? Ne, wir können auch nur 90 fahren. Ich hab nur noch einen kleinen Ausflug aufs Land gemacht, alles gut. Ich bin hier nur mal hinter ihm. Ich bin direkt hinterhergefahren. Direkt hinterher aufs Land. Muss jemand tanken? Ich nicht. Nö, ich nicht. Ich hab den LKW neu gekauft, war fünf Minuten. Sehr gut. Ich hab gestern getankt. Ach, dann kriegt man den dann mit vollem Spritz. Ja. Ja. Ich hatte noch irgendwie ne Garage irgendwo in England, da bin ich nach Grimstreet gefahren, weil ich dachte, dass es da wäre. Dann hab ich gelesen, dass es in Liverpool ist, also da auch noch. Bin ich da grad hingefahren. Boah, ich fahr 110. Ich hab mir eben... Ich hab mir eben... Ich hab mir eben... Ich hab mir eben... Ich hab mir da eben einfach ein neues Profil erstellt in Liverpool. Ach so, toll. Ach so, toll. Und Zarok, der mehr trägt als ich und schwächeren LKW hat, mehr fahren kann. Ja. Das Gewicht schiebt. Freunde. Irgendwie fühl ich mich, glaub ich, grad ein bisschen verarscht. Von meinem LKW. Ich fahr mal ein bisschen langsamer. Ah. Also ich fahr grad auch mit 100 durch die Kurven. Boah, Alter. Ich kann nur 70 fahren. Also aktuell. Boah. Weil du auf dem Land bist. Halt du die Fresse, gleich landest du auf dem Land. Nee. Doch. Raus. Herr Max, kannst du wirklich nicht schneller? Nein, ich kann nicht schneller als da. Darf ich dich aufholen oder soll ich hinter dir bleiben? Wir sind doch schon draußen in der wunderschönen Natur. Dann wird's halt noch natürlicher. Spielt irgendwer von euch auch noch mit Lenkrad? Aber warte mal, Xamu ist hier schon hier vorne. Also du brauchst einen. Also ich schon mit Lenkrad. Was hast du denn für eins? Ein ganz normales von Gembert. Kennst du wahrscheinlich nicht die Marke. Nee. Also. Komm, Bill. Nein. 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 Das ist Noah, das ist Noah. Aber da sind ja wieder alle. Das ist nicht das Geschwindigkeitslevel selbst. Das ist viel zu langsam. Sind alle da? Ich kann nichts dafür, wenn Max und so auch so langsam sind. Aber irgendjemand fehlt ja noch zu 6 angemeldet, oder? Ja, einer fehlt. Aber wer das ist, weiß jetzt auch nicht. Ich glaube, Bill 05, also der hier auch drin ist. Der hat auch Rückschlag-Simulator. Achso, wollte der mitspielen? Wenn ja, schreib was bitte in die Laberecke, damit ich das sehen kann. Aber dann kannst du natürlich bei der nächsten Runde mitfahren. Ja. Gleich, gleich bleib einfach Xarok wieder um den Weg stehen. Alle fallen hinten, die einfach andere mitten drauf. Genau. Oh Xarok, Alter. Hab's auch, wie wir alle fangen. Xarok könnten drauf, ne? Soll ich bremsen? Na, lieber nicht. Na, lieber nicht. Na, lieber nicht. Na, lieber nicht. Wenn du bremsen, fahr ich den rein. Xarok, was machst du denn? Xarok. Xarok. Alter. Ja, Max, jetzt hab ich dich überholt. Ich kann nichts dafür. Wuiiii. 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 Was war das? Ah, okay. Da war's. Er hat, glaub ich, was in die Laberecke geschrieben. Ah, ne. Er hat high geschrieben. Also ich glaub, dass er mitspielen will. Oh. Ach. Dann, dann nächste Runde kannst du mitmachen. Oh! Scheiße, Blitzer! Oh Gott, Vorsicht, Max! Oh, das Blitzer, Achtung! Hier, bei mir ist ein Blitzer. Okay. Sorry. Ich muss abbremsen. Wegen der Blitzer. Ja. An denjenigen, der dann dazukommt, wir sind gleich im... Birmingham. Achso. Genau. Birmingham in England. Genau. Birmingham. Birmingham. Mit meinem Bescheid weiß. Vielleicht lass mich jemand überholen, wie Max. Gut, auf 30 hätt man nicht runterbremsen müssen. Naja. Ja, das war ein Problem. Wo ist das Building geblieben? Ach, da kommt er. Da ganz hin. Mit der Tankstelle war auch schon so ein ganz kleines Problem. Ja, ich fahr grad auch nicht mehr so schnell. So, gut, ich fahr jetzt wieder auf 50. Der Pomat ist am Start. Ah. Auf 50. Ah, jetzt können wir auch mehr als 90 fahren. Der Pomat auf 60. Jetzt geht's wieder runter. Jetzt geht's wieder runter. Ich geb Gas, ich geb Gas, denn ich hab Spaß. Spaß! Spaß! Also wenn jetzt ein Blitzer kommt, dann wird's teuer. Ich fahr dann mal auf 150. Ja, ich fahr dann mal auf 150. Ach, ich fahr dann auf 150. Ja, ha, ha, ha. Die scheiß immer auf Geschwindigkeitsbegrenzung. ich habe heute video facebook gesehen da ist einer mit dem lkw 160 gefahren da ist ein aui a6 hinter dem hergefahren voll krass 160 mit dem lkw musste da musst du was verändern am getriebe sonst geht das nicht ich dachte die dürfen immer nur eine bestimmte kam hans erfahren ja offiziell schon ja auch eigentlich nur aber illegal ich mag wurst und jetzt die schleife mitnehmen ja mit voll speed ja mit 100 irgendwas kam man kann man sich wieder aufsteppen lassen die münchen künftelsen kürzelt aber wenn man kann so bitte nicht einfach so stehen bleiben ich bin aus Versehen bis sie gegen sauerung gerammt ich habe keine absicht über die Klammer habe ich nicht gemerkt ohne gott später noch mehr langsam über die Kran Geht gar nicht hier. Du hast mich gerade hier gemacht, Alter. Ah, ich hab's geschafft, ohne runter zu fahren. Sehr gut. Aber die Zweitansicht ist auch schön, finde ich. Was passiert da? Ja, du kannst halt mit der Kamera ein bisschen rumschwenken, aber die erste kann ich immer noch... Doch, bei der ersten auch. Ja, bei der ersten aber nur innerhalb. Ja. Bei der zweiten sieht man auch mal seinen LKW von außen. Oh Gott. Oh, hier ist der Schildabwrap. Hey, jetzt ist wieder 80. 30. Hey, ja, aber plötzlich ist es wieder 80. Bei mir ist 50. Bei mir ist 80. In der Ortschaft. Im LKW. Hey, jetzt ist es 50. Ich könnte das echt nicht managen, ne? Oh Gott. Xarok braucht bei mir immer ein bisschen so. Ja? Gamer fährt auf dem Vorstein. Ich hab hier noch den LKW hin, dann noch nicht entdeckt. Motorfehlfunktion. Oh mein Gott, schau immer. Ja, ich hatte eine Motorfehlfunktion. Sorry. Ich bin hier fast reingefahren. Hallo, Xarok. Und zack. Ich bin wenigstens auf dem linksabbiegerstreifen, Xarok. Ich muss nach rechts. Achso. Hey, wer fährt schon rechts? Also, ich muss links. Hätte er seiner schon rechts gefahren. Das war ich. Ja, er ist über die rechte Spur lang gefahren. Achso. Oh, hier ist ein MN-Händler. Weil ich irgendwie, glaube ich, abbremsen musste wegen dem Gamer und dann ist er einfach auf die andere Spur gefahren. Oh, überspringen wir den. Oh, scheiße. So, geht's. Nee, da muss, äh. Ich nehme mal an, das Gamer ist. So, geh mal, ich sag mal. Easy. Ja, Wahnsinn. Ohne Schäden. Das ist ja unglaublich. Ja, gut. Das hatte ich schon ewig nicht mehr. Mach mal nicht auf 1% Schaden, weil Norm mich gerade eben gerammt hat. Sorge, aber ich nicht. Ja, ich bin ein MN-Händler, ne? Was nur gelegt hat, war es jetzt nur Unfälle. So, mal gucken, wie schade ich mich bekomme. Ich hatte nur eine Motor viel Funktion, ist es etwas ganz anderes als modernes. Ja, das ist wirklich etwas anderes. Da kann der liebe Gamer ja nichts für. Gute Arbeit. Wenn du auch blieb, dass man weiß, ja, lieb. Ja, ja, ich bin der liebe Gamer. Und das glaube ich jetzt nicht. Ich bin der einzigste, der zu BCC oder wie auch immer der Händler alles muss. Oh Mann. Ich bin bei Propsid. Also, ich muss nach BCC, ja. Okay, bin ich richtig. MN-Händler, äh, da. Oh, ist der MN-Händler? Ja, da vorne. Ja. Wenn du da rumfährst. Oh Mann. Achso, die habe ich ja schon. Oh, morgen, endlich Freitag. Ja, Freitag. Und man, dann nächste Woche muss ich wieder zur Schule. Bis Freitag im Moment? Nee. Oh, ich glaube auch kein Schaden. Bitte. Ja, machen wir nicht. Das weiß ich noch nicht. Ich wollte eigentlich einen Stream machen. Was denn für einen? Was denn für einen, oder wie? Weil ich auch noch nie. Was ist da? Ich bin der Wally. Mann. Dann komm, Wally geht nochmal offiziell raus. Keine Ahnung. Den nächsten 20. Dezember steht. Dezember, ja. Kann sein. Haben sie vor kurzem geändert, ja. Ich bin abkuppeln, hallo. Ja, Level 9. Ich bin zufällig Level 515. Ich bin zufällig Level 515. Äh, klar. Ich bin zufällig Level 515. Mit Level 1, ja. Ich bin zufällig Level 515. So. Jetzt müssen wir mal gucken, wo fahren wir jetzt hin? Äh. Ja. Gute Frage. Ich habe Felix Doth hier. Auf jeden Fall. Was finden Sie? Äh, Felix Doth. Okay. Ich stelle mich einmal gerade hier. Geh irgendwo hin. Am besten noch. Ich. Cambridge. Naja. Aber ich fahr mal hier kurz rüber, dass die Abflügel nicht aufregiert. Ich fahr mal zu. Ein, wo ihr seid. Hast du eigentlich gerade schon eine Auflage? Ach so, ja, 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 die läuft schon. Ach so. Hä? Mit dem war leile Freunde. Äh. Klappf, Felix. Ich habe Felix. Und Grimsby. Warte, ich muss einmal gerade gucken. So. Äh. Ich fahr mal zum nächsten Händler eben kurz. Ich hätte Manchester und Schäfheit. Ich hätte Cambridge, London und Cambridge. Ich habe auch noch einen Felix Doth. Ich habe Glasglow. Glasglow habe ich auch. Ich auch. Habt ihr Felix Doth? Ich auch. Ja. Dann muss ich auch noch einen Felix finden. Einen Felix. Haha. Ich bin einmal kurz weg. Bin sofort wieder nach. Ach doch, ich habe auch Felix Doth. Oh, cool. Dann brauche nur noch ich Felix. Und weg, du kriegst dich jetzt nicht? Ja, dann fahr ich halt leer. Ich habe auch Manchester oder Cambridge. Ich habe auch... Ich warte auf die rote Ampel. Ich habe Cardiff hier. Aber wahrscheinlich keiner von euch... Gerade fette ich auch. Was? Hattest du auch? Ja. Hat jemand von euch noch Cardiff? Ich gucke gerade. Ich muss gerade zum neuen Händler fahren. Ich stande gerade gefühlt fünf Stunden an. Ich bin wieder da. Hallo. Was machen wir denn jetzt? Wohin? Keine Ahnung noch. Ich gucke... Wir müssen noch gucken, wo wir alle hinkommen. Ich könnte... Also Felix Doth? Ich könnte... ... oder... ... oder bei... Ja, äh... Hier habe ich keinen Cardiff... ... äh, keinen... ... Sag, was hatten du und Billing nochmal? Cardiff oder irgendwie so. Okay, gut. Dann... Dann so wieder sein. Ich auch. Und zum letzten Händler auch bei mir. Achso, äh... Gabriel wollte ja mitspielen. Ist er denn in Birmingham? Ja, wollte er. Hi, Gamer. Gamer, linke Spur. Ähm. Hallo, Gabriel. Hallo. Hallöchen. Ähm... Ich habe leider keinen Cardiff, aber dann fahre ich leer. Da müssen wir noch gucken. Ja, ich... Da haben die alles mal gelegt. Ja, vielleicht habe ich ja das andere, den Felix. Einen kann ich noch fahren zu Eurofied da hinten. Da kann ich noch gucken. So, ich muss aber kurz noch, äh, Werkstatt reparieren. Ach, das ist doch noch ein anderer Tree. Ist ja auch noch da. Äh, äh... Jawohl, du hast ja auch Multiplayer. Ja, ne? Äh, nee, deswegen bin ich ja gerade hier, dass wir den Linken auch noch schön zu Hause finden. Warte mal vor. Äh, hast... Hattest du denn jetzt zwei Stunden lang gespielt? Bin gerade dabei, also ich mache die gerade noch voll. Warte, ich schicke dir kurz den Link dazu. Ähm, ich sag, du fährst gerade auch zu Schirr. Habe ich genau gesehen, Sipst, falsche Seite. Warum sind wir überhaupt in der USA, äh, nicht in der USA, England unterwegs? Das macht gar keinen Sinn. Ja, das ist ätzend. Aber wir wollen, ich und Sipst wollen alles erkunden, deswegen... Achso, ja, dann können wir, äh, wenn ihr euch mal das Skandinavier-DLC, äh, sozusagen... Also, Skandinavier-DLC, HBA, ja. Ich hab' es gesehen. So, auf die alle der... So, vielleicht für mich halt... Äh, warte mal, ich schicke jetzt mal kurz in die Laber-Ecke rein. Schauen wir mal. Oh, hier hab' ich viel. London, Liverpool, Manchester... Ich hab' hier... Cambridge... Was hast du? Cardiff, was ihr alle auch hattet. Ah! London könnten wir auch fahren. Ja, dann, Mama, Cardiff, Cardiff, haben alle. Ja, ich... Ja, ne, ne, ich noch nicht. Muss kurz gucken. Achso. Aber ich mach' mal schnell. Äh, Gamer hier, wo ich irgendeine Schade, und hier sind sehr viele Aufträge. Wieso hab' ich jetzt Schaden bekommen? Also, bei Euro-Feeds sind sau viele. Also, da ist randvoll mit Aufträgen. Ach, du hast ne Mod an, ne? Ich bin ja, ich sag mal, ich sag mal, hast du den Mod für die Ex- äh, für die Namen am? Cardiff, ne? Ja, Cardiff. Ne, ich hab' keine... Cardiff. Cardiff. Wollt ihr nach Cardiff oder... Cardiff wäre super, weil das hätten wir alle. Bis auf du jetzt noch. Ja, ich hab' jetzt auch Cardiff. Cool. Oh, dann passt's ja. Wollen wir alle Cardiff machen? Alle Cardiff. Gut annehmen. Äh, brauche ich einen DLC, um mit zu stehen? Nein. Du musst nur den Mod haben, damit du Truck, also Trackers MP heißt, ja. Ja, den hab' ich ja gerade in Labeifel geführt. Weißt du, okay. So, dann haben wir einen Cardiff, Auftrag, äh, den Anleger hinterlässt auch. Ich muss gerade einmal zu Track. Ich muss auch irgendwie so Holz transportieren. Oh, ich muss Holz transportieren, auch. Oh, ich muss Holz transportieren, auch. Oh, das ist ein DLC. Oh nein, Ampel, jetzt bitte. Äh, wohl treffen wir uns dann am besten. Weil wir müssen uns ja alle treffen. Triad, weil das ist am Ausgang, glaub ich. Oh cool, dann bin ich. Oder warte. Wahrscheinlich müssen wir nicht am Ausgang. Ja, das ist hier am Ausgang. Also, ich muss hier Triad und dann rechts, wenn ich hier raus hau. Okay. Ja. Hast du eigentlich, Kollege, sag ich mal, ähm, oder sag ich irgendwo anders, ähm, ich hätte da eventuell ein neues Format, dass du raus war? Aha. Kannst du mir gerne nachher mal erzählen? Okay. Weil wir sind jetzt in der Aufnahme, da ist ein bisschen ungünstig. Oh, jetzt hab ich wieder mit dem Hacken. Wann kommen die Aufnahme? Oh, das dauert. Hi. Oh, das dauert. Das dauert. Ja, du hast noch ein paar, ne? Ja, ich hab ganzchen Vorsprung auf, also, ich glaub irgendwann im Dezember oder so kommt die wohl jetzt. Und was kommt, äh, wann kommt die Game of Live Aufnahme? Am Wochenende wahrscheinlich. Gut, dann lad ich den auch hoch. War das das. Ah, okay. Also, wo treffen wir uns jetzt hier bei Triad? Oder wie auch wenn man das ausspricht? Jo, komm mal machen. Okay, ich warte dann hier an der linken Spur. Also, einfach das Spiel einmal beenden und dann kannst du's gucken. Aber du hast ja jetzt auch Steven, ne? Du musst das Spiel, Gabriel, du musst das Spiel trotzdem einmal beenden. Ja, ja, ist klar. Aber ich hab eine Stunde und 20 Minuten Spielzeit. So, wo treffen wir uns jetzt? Ja, dann war's das. Ja, bei Triad. Achso. Ja, genau. Bei Triad. Wir müssen bei Triad noch nicht lang fahren. Schon wieder Altpapier. Bietet sich da eigentlich ganz gut an. Ich fahr wieder Altpapier herum. Oh, nein, 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 nein. Strohballen. Ziton. Ich mach, äh, Baumstämme. 22 Tonnen. Wow, danke. Boah. Ich mach auch Baumstämme. Ja, ich? Max? Ja? Oh, wir liefern Baum. Auf einem Account, also, beziehungsweise auf einem, ähm, ist die zwei Spielschutzbau, äh, insgesamt. Kein Plan. Ich glaub, du musst das Spiel generell auf Steam zwei Stunden. Ja, das hab ich ja. Ja, gut. Für was? Wer steht bei der anderen Ausfahrt? Von Birmingham? Ja, ich, 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 ich fahr grad kurz rüber. Ist okay. Da fahr'n wir jetzt, ja? Ja, wir wollten auch, äh, Triad. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, wo ist denn jetzt Triad? Ach da, scheiße. Nimmst du nicht so bei Triad? Nein. Ich guck jetzt einfach mal über den Längen. Also, ich fahr'n dicker. Ich guck jetzt einfach mal über den Längen. Das ist so. Ja, ich fahr'n dicker. Du musst dir aber erst mal schon einen Account auf der Seite machen, die ich dir geschickt habe. Ja, ja, mach ich. Also wir warten ja noch, ne? Ja, wir warten noch eine Ampel. Achso, okay. Wo seid ihr gerade an welcher Ampel? Die letzte zu, äh, Tree-Ad. Ah, ich seh euch. Ich weiß, wer ist denn da immer noch heiß? Auch so, oder? Auch da kommen die. Wo heißt du, wie du in... Ich glaub, du heißt wie du auf Steam heißt, oder? Ja. Mist. Das ganze egal, ob man sich jetzt irgendwie Patern hält oder so. Dann haltet man einfach los. Oh. Oh. Da möchtest du auch wieder vorfahren, oder? Äh, ja, würde ich sagen. Richtig jetzt. Und dann die Reihenfolge wie hier stehen. Und wo ist es Gamer? Ich komm gerade. Achso, okay. Ich hab gesagt, du musst eben vor mir stehen bleiben, weil wir dann eben auf Gamer warten. Ja, klar. Achso, ja, jetzt vor uns. Ich bin vor euch, ja. Wir auf der falschen Bahn. Oh, klar. Da musst du zum Kreisel fahren. Oh, ey. Ja, hier kann er vielleicht drehen, wenn er ein bisschen... angstiert. Uncute. Weißt du? Ja, das schafft er. Da muss er eben vor... äh, kurz bei Extractor. Komm, das schaffst du, Gamer, hier vorne zu drehen. Jetzt zieht er rüber und kippt um. Nein, das ist doch... Jaaaa! Boah, vielleicht alle mal ein bisschen weiter vorfahren, damit er besser reinkommt, oder? Komm, das schaffe ich er! Jaaaa! Easy! Ja, komm, Xavi, jetzt überhol du von links und Gamer muss sich dann irgendwo einfädeln. Gamer, willst du vor mir, oder wie ist das? Äh, ich zieh jetzt. Vielleicht bin ich X rüber, glaub ich. Okay, dann mach jetzt nachts auch auf. Davon kann ich mir dann Gareth Moth holen. Warum fall ich eigentlich schon wie Assista? Willst du vorne fahren? Ne, lass mal. Also. Ich soll ja nur vorne fahren, wegen dem Blitzern, oder? Wir haben mehr fahren. Äh, siebst du hast noch vorne fahren. Achso, jetzt nicht. Ne, hab ich grad auch nichts rausgemacht, hab ich grad bringen. Es ist eine Warnung. Ja, damit ich sagen kann, oh, Blitze! Ah, scheiße, mich hat's erwischt. Mann, was ist das? Ja. Das ist so, leider nicht. Das scheint die Motoren aus. Obwohl, lass mal Max überfahren, der hat das meiste gilt. Atemzüge. Aber am besten so ein paar Meter vor, damit er das Schiff von Blitze immer fahren kann. Das wär was. Nicht wundern, ich muss... Ach, Motorfehlfunktion, warum denn das? Vielleicht hast du ja deinen Eckerwitz schon... Wachsicherheitsabstand. So was gibt's? Ja, so was gibt's. 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 Ja, das ist... Daherom. Mit Abstand. Okay, wann ich roll mal ein bisschen. Ja, da muss ich dann... 22 Tonnen. 22 Tonnen. 22 Tonnen. 22 Tonnen. Ja. Und dann Baumstämmer und da überholt mich jemand. Der Max. Dann hat man 50. Ich habe 15 Tonnen. Ja, geht ja noch. xarok ja oder ich will nicht runterfahren hast du irgendwelche social media facebook instagram twitter nein facebook facebook warum stehst du gamer ich musste kurz den punkt entfernen weil das hat mich gerade verwirrt ich hatte irgendwie noch findest mich überall als xarok und wenn ich auch exakt lp genau dauert das war maria ich glaube ich habe mal alles geändert ich glaube bei twitter ist immer noch rückseite über stimmt ja ja das stimmt und wie geht es hier hin ich glaube da geht es gut die guckdetektiv konnten glaube ich was ist das kenne ich nicht so eine asiatische japanische detektiv herrkommend selbst ist es aber das ist nicht gesehen belegen ein als schweiz der einzige detektiv Serie die ich kenne ist Sherlock Holmes oder man hat nur ein städter herrkommend auch inspekt der Katzen der auch ich nicht aber das muss man sagen und anstellen challenge ne ich mach lieber nicht mit ich muss nicht kratzen tankstelle kommen wir da rauben die tankstelle aus wir sind zu 6 5 ich nicht ich bin hinter dir max 68 kmh und ich habe mit 110 kmh lang jetzt geht es runter jetzt 103 er oder 405 106 bitte ich habe ich nicht rein ich rolle kurz noch ich lass dich gleich wieder überholen ich rolle nur wir haben drei bahn je die lkw gang und wenn uns irgendwas im weg kommt die sind direkt kaputt in den lkw baustelle ist mir doch egal da steht aber blitzer blitzer es ist so gibt nein ich stehe jetzt lenke ich mit tastatur gegen die baustelle reingedrängt wegen dem blitzer ich habe den motor aus max ich fahrrad nicht ne ich rolle ich kohle gerade nur mixa und mich wieder aufholen kann gleich voll krass baustelle 80 mit dem lkw easy going oh noch wir dürfen ja angeblich nur 50 fahren und das rote 80 an cool das ist ja voll willkür ich bin da mit 80 durchgeschossen krass das ist ja voll willkür dabei ist es eigentlich immer so sagt man die strafe zu bekommen ja oh schaff kurve ist mir doch egal okay da ich will da nicht noch mal angebten sehr gespendet so wie letztes mal ja genau ich mag schnaufe oh gott oh 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 Alter bist du mal auf was reingefahren der ist nicht gleich so reingefahren aber mit garraho ich denke mir denke ich glaube ich bin mir immer von 97 du warst halt zu langsam darauf fährt wieder Schlangenlinien aber er hat sich erst mal ein Bier getrunken nee so eine Pille an der Tankstelle vorn das war alt to go marx warum machst du es so langsam ja weil Xarok bei mir so ganz ländlich ich kann nicht schneller wer blendet mich irgendjemand leuchtet in meinen lkw rein wir müssen uns eigentlich alle mal den gleichen lkw kommen in der gleichen farbe lackieren kann auch leuchten ja wir müssen so eine crewfarbe für Xarokianer machen blau was ist Xaroks Lieblingsfarbe? pink rosa ne das ist Xialins Lieblingsfarbe ich muss jetzt erstmal kurz essen ne oh ok blöd aber egal wer fährt für dich? äh niemand Autopilot ok gut ja wär natürlich geil wenns irgendwie so ein Autopilot drauf gäbe das wär zu krass nicht gleich der bleibt da einfach stehen mach grad Mittagspause ach ne dann kriegt er aber kein Geld mehr weil er zu spät kommt ja ich glaub er ist raus gegangen oder? wenn du in der äh dingens so ein Auftrag annimmst und dann online reingehst irgendwie das zu spät abgemacht äh abgeliefert hast wirklich warum gibt der kein Gas der lkw ich drück voll durch und ich fahr nur 40 oh 70 scheiße alter Max sorry das wollte ich nicht man kann von rechts rum guck mal jetzt fahr ich nur noch 30 darf ich bitte auch mal wieder auf die linke Spur dann? ja weiss ich fahr ein bisschen weiter hoch oh da kommt ein Auto Achtung Auto? Gegenverkehr gegenverkehr ja super 20 jetzt baue ich ja kein Speed mehr auf 40 ich baue kein Speed mehr auf aber ich hab grad so recht geholt ich muss nicht tanken ich muss tanken ja auch nicht wirklich? ja hab nur noch ein Viertel komm doch noch mal eine Tankrunde ich auch will da müssen wir später nicht mehr tanken ist es jetzt eigentlich der Account den du im normalen Display hast oder ist es so ein Multiplay Account? nö ist er selber Account ok 400 Liter 1,950 Dieselpreis ach du scheiße boah wenn du dir eine eigene Zentrale kaufst und die voll aufmetzt also Level 30 glaube ich dann ähm dann hast du auch eine eigene Tankstelle und da ist der Dieselpreis beliebter aha ich glaube 1,46 oder so ja krass ja das ist aber auch noch voll teuer ja für Diesel schon ja Wahnsinn ich glaube bei uns so in der Nähe bei den Tankstellen da bezahlt man 1,6 oder ja normal so um den Dreh ja für mich ist das der perfekte Zeitpunkt um hier einen Cut zu machen bis zum nächsten Mal ciao ja 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 ja